Herzlich willkommen zum Denkvorgang-Effizienz-Tipp Sprunglisten. Sie möchten also schnell auf Dateien zugreifen, die Sie häufig benötigen. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste können Sie genau diese Dateien festpinnen, auf die Sie häufiger zugreifen müssen. Und diese Liste, die hier oben festgepinnt ist, überschreibt sich dadurch nicht. Das heißt, Sie haben einen sehr schnellen Zugriff auf genau die Dateien, die Sie häufiger benötigen. Viel Erfolg mit diesem Effizienz-Tipp wünscht Ihnen Rosita Beck von Denkvorgang.com.